Herzlich Willkommen zu diesem zehnten Studium bezüglich Christus und sein Gesetz. Wir wollen heute das Thema betrachten, das Gesetz und die Bündnisse. Wir wollen sehen, in welchem Verhältnis die Bündnisse oder der Bund Gottes mit den Menschen gesetzt ist in Bezug zum Gesetz. Ich denke, eines der wichtigsten Dinge, die man bei den Bündnissen betrachten muss, ist zu verstehen den Sinn. Weshalb Gott mit den Menschen in einen Bund tritt. Es ist für mich immer wichtig, dass wir uns die Frage stellen, was steckt dahinter, was ist das Ziel von dem, was wir studieren, von dem, was wir im Leben tun. Weil ohne ein klares, definiertes Ziel wird der Glaube, wird die Erkenntnis über das Wort Gottes schwammig und nicht befriedigend. Es ist deshalb wichtig, dass wir bei dem Beginn des Studiums der Bündnisse erkennen, dass warum macht Gott Bündnisse mit den Menschen. Und wir wollen uns den einen Bund anschauen, welchen Gott mit den Menschen tut. Den einen Bund, wozu er den Menschen braucht, damit er mit ihm in einen Bund eingeht, damit, ja warum der Bund überhaupt notwendig war. So lasst uns das betrachten bei dem Bund, den Gott gemacht hat mit Abraham. Als Gott Abraham berief, dann machte er mit ihm einen Bund. Wir finden das im Kapitel 12 und 15 und 17. Aber fangen wir an im Kapitel 12 vom ersten Buch Mose, ab Vers 1. Der Herber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. So, das ist der Sinn, weshalb Gott Abraham, damals noch Abraham, aus seinem Land ruft. Abraham war ein gläubiger, gottesfürchtiger Mensch in einem Ort. Und er wohnte dort mit seiner Familie und jetzt ruft ihn Gott, davon auszugehen, in ein Land, das er ihm zeigen will. Und er verspricht ihm, dass er groß werden wird und dass in ihm alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden sollen. Der Abraham, gehorcht, er zieht aus. Und dann kommen wir in Kapitel 15. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Füge dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein großer Lohn. Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. So, der Abraham bekommt eine Verheißung, er bekommt einen Ruf, er folgt diesem Ruf, er soll ein Segen sein für alle Geschlechter auf dieser Erde. Aber die Zeit vergeht, und er bekommt keinen Samen, er hat kein Kind. Und jetzt bringt ihn Gott wieder heraus und zeigt ihm den Himmel an und sagt, Abraham, siehe dir den Himmel an. So viele, dein Samen wird so viel sein wie die Sterne am Himmel. Dann kommen wir zum Vers, zum Kapitel 17. Es vergehen noch einige Jahre, seitdem Gott ihm diese Verheißung gibt. Und nichts ist geschehen. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst dein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen von dir her kommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanan. Und ich will ihr Gott sein. Und Gott sprach weiter zu Abraham, So bewahre du nun meinen Bund, du und dein Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir, Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Und jetzt werden dann diese Zeichen beschrieben. So, wenn wir das ein wenig versuchen in Worte zu fassen oder eine Skizze darüber zu machen, dann haben wir hier den Bund. Und ein Bund, könnte man sagen, ist so ähnlich wie ein Vertrag. Und in jedem Vertrag gibt es Vertragspartner. Und der Bund ist zwischen Gott und Abraham, der dann später zum Abraham wird. Was ist dieser Bund, dieser Vertrag zwischen Gott und Abraham, muss einen Zweck erfüllen. Und aus allen den Texten, den wir gesehen haben, ist der Zweck des Bündnisses, dass Abraham, der Zweck des Bündnisses, wenn ich ihn so generell schreiben kann, ist, Abraham soll ein Segen sein, für alle Geschlechter der Erde. So, Gott ruft den Abraham mit einem Zweck. Der Zweck ist, dass der Abraham ein Segen sein soll für alle Geschlechter der Erde. Wozu ist das notwendig? Warum will Gott, dass Abraham ein großes Geschlecht wird? Warum will er seinen Samen mehren? Was ist der Grund? Nun, der Grund ist ein ganz einfacher. durch die Sünde wurde der Mensch von Gott getrennt. Das Bild Gottes im Menschen ging verloren. Der Mensch weiß nicht mehr, erkennt Gott nicht mehr und um Gott bekannt zu machen, sucht sich Gott, den Abraham aus, weil dieser durch seinen Glauben, durch seinen Wandel, durch seine Gottesfurcht ein, wenn ich so sagen will, ein vielversprechendes Werkzeug in Gottes Hand zu sein schien. Deshalb kommt Gott zu ihm und sagt, du sollst ein Segen sein für die ganze Welt. die Not Gottes ist, dass er nicht bekannt ist. Die Not Gottes ist, dass der Mensch nur eine Möglichkeit hatte, löst zu werden, wenn er Gott erkennt. Jesus sagt, denn das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. So, dieses ist die Not der Welt. Erlösung gibt es nur durch Gottes Erkenntnis. Wer soll jetzt diese Gottes Erkenntnis den Menschen bringen? Und diese Gottes Erkenntnis ist das Ziel, weshalb Gott den Abraham erwählt, weshalb er mit ihm einen Bund macht, weshalb er ihm die Verheißungen des Bundes gibt. Er will den Abraham dazu bringen, dass er ein Licht wird für Gott in der ganzen Welt. Das ist das, der Zweck des Bundes. Gott möchte den Menschen erlösen. Gott möchte den Menschen erreichen. Aber er hat sich nicht ausgesucht, dass ein Engel kommt, um Gott darzustellen, weil die Engel bedürfen nicht der Erlösung, sondern der Mensch bedarf der Erlösung. Und weil der Mensch der Erlösung bedarf, kann auch das Element, wodurch er erlöst werden soll, nur ein Mensch sein. Deshalb muss Gott sich in einem Menschen dem Menschen offenbaren. damit der Mensch die Möglichkeit bekommt, Gott wieder zu erkennen und durch die Erkenntnis Gottes zum Leben zurückzukommen. So, der Bund hat den Zweck, Gottes Wesen darzustellen. Abraham soll ein Segen sein für die Welt. das bedeutet, das Wesen Gottes der Welt zu zeigen. Deshalb spricht Gott ja auch im Kapitel 17 im ersten Vers Abraham oder Abraham damals noch wandle vor mir richtig und untadelig. Um das nochmal zu lesen, ich bin Gott der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Im Englischen be perfect, sei vollkommen. Wie soll denn der Abraham Gott darstellen? Wie soll er das Wesen Gottes der Welt zeigen, wenn er es selbst nicht trägt und nicht ist? So, lasst uns bei dem Betrachten der Bündnisse die Mission sehen, die hinter dem Bündnis steckt. Gott will die Menschheit erreichen. Er will sich offenbaren den Menschen, weil darin liegt die einzige Lösung, der Lösung und er hat sich einen Menschen ausgesucht und macht mit ihm einen Bund und sagt, ich will dich mehren, ich will deinen Samen mehren und ich habe dich zu einem besonderen Volk gemacht, damit du mich darstellst, damit die Welt mich kennenlernt und dadurch, dass die Welt mich kennenlernt, wird sich dein Same vermehren bis in die Unendlichkeit sozusagen wie die Sterne am Himmel und ja oder der Sand am Meer, um das zu vergleichen. So, hier ist der springende Punkt, denke ich, den wir am Anfang, bevor wir uns die Bündnisse anschauen und den Weg betrachten, wissen, den Zweck des Bündnisses. Gott liebt den Menschen, er möchte den Menschen erlösen und er kann dazu nur einen Menschen benutzen und er hat sich deshalb den Abram ausgesucht, um dieses Ziel zu erreichen. Der Abram hat sich bestimmt nicht vorgestellt und hier war die Schwierigkeit seines Glaubens. ich bin 99 Jahre alt, meine Frau ist 90 und ich schaue auf zum Himmel und Gott sagt, dein Same wird sein wie die Sterne am Himmel und was mache ich jetzt? Abram hätte zweifeln können, hätte sagen, das ist nicht möglich, wie soll von einem 99-Jährigen das geschehen? Rein menschlich ist das auch nicht so möglich. Aber wenn man Gottes Plan versteht, dann hat der Abram verheißen, dass in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Menschen. Durch dich werde ich segnen alle Völker und durch diesen Segen entsteht dann, dass Abraham einen riesigen Samen haben wird. Und eines Tages, wenn er auferstehen wird aus seinem Grabe, zur Zeit des jüngsten Gerichtes, wird Gott ihm zeigen, was er durch den Vater der Gläubigen erreichen konnte, wie sein Vorbild, sein Beispiel, ein Vorbild war für die Menschen, wie es von einem zum anderen ging und sie alle dahin kamen, das Bild Gottes darzustellen und somit der Same sich vermehrt. Es gibt hier ein wunderbares Zitat im Buch vom Gedanken der Berg der Seligpreisungen. Dort wird deutlich in dem Abschnitt Ihr seid das Licht der Welt. Das Gottes Absicht ist ein Volk zu haben, das die Welt erleuchtet. Das ist der Grund, weshalb er mit Abraham einen Bund macht. Das ist der Grund, weshalb er einen neuen Bund später schließt. Es ist der Grund, der all das Ganze untermauert, weshalb überhaupt das Ganze geschieht. Ihr sollt ein Licht sein. Und hier steht, wie die Strahlen der Sonne bis zu den entferntesten Winkel des Erdballs dringen, so will Gott auch, dass das Licht des Evangeliums jede Seele auf der ganzen Erde erreiche. Wenn die Gemeinde Christi diese Absicht des Herrn ausführte, dann würde das Licht allen scheinen, die jetzt in Finsternis und Schatten des Todes sitzen. Anstatt dass sich die Glieder einer Gemeinde zusammenschließen und aller Verantwortlichkeit allen Kreuz tragen aus dem Wege gehen, würden sie sich in alle Lande zerstreuen, ihr Licht leuchten lassen und wie Christus für das Seelenheil anderer arbeiten. So würde dies Evangelium vom Reich schnell durch die Welt getragen werden. Auf diese Weise würde Gottes Absicht in der er sein Volk berief von der Zeit Abrahams auf der Ebene in Mesopotamien an bis auf die heutige Zeit erfüllt werden. Er sagt, ich will dich segnen und sollst ein Segen sein. Die Worte Christi durch den Evangeliums propheten, welche in der Bergpredigt einen Wiederhall finden, sind für uns für das letzte Geschlecht. Mache dich auf, werde Licht, denn der Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Wenn über dir die Herrlichkeit Gottes aufgegangen ist, wenn du die Schönheit dessen gesehen hast, der Außerkorn ist unter zehntausend und der vollkommen lieblich ist, wenn deine Seele erleuchtet ist durch die Gegenwart seiner Herrlichkeit, dann ist dir dies Wort von deinem Herrn Gesandt. Hast du mit Christus auf dem Berg der Verklärung gestanden? Es gibt unten im Tale von Dämonen besessene Seelen, die warten auf das Wort, auf das Gebet des Glaubens, um sie frei zu zu machten. So, das Ziel des Erlösungs Planes ist, dass die Menschen Christus darstellen. Es geht nicht um einen Selbstzweck. Wir werden sehen, die Gebote Gottes sollen wir nicht halten um unser Willen, sondern um der anderen Willen. Und das ist eine Dimension, die wir in unserem engstirnigen, engen Gesichtsfeld nicht erblicken. Ich möchte aber, bevor ich zu diesem Thema komme, noch einmal ein Zitat lesen aus dem Buch in den Vorsprung des großen Arztes in den vorletzten Kapitel. Da wird uns ein Bild von Christus gezeigt. In dem Leben Christi war alles andere seinem Werk untergeordnet, dem großen Werk der Lösung, zu dessen Ausführung er gekommen war. Dieselbe Hingebung, dieselbe Selbstverleugnung und dasselbe Opfer, dieselbe Unterwerfung gegen die Ansprüche des Wortes Gottes soll auch in seinen Jüngern offenbart werden. Es ist also wichtig, dass wir verstehen, Christus ist unser Vorbild. Er ist das Licht der Welt, aber alle seine Jünger müssen zu demselben Licht werden, weil wie soll denn die Welt sonst erleuchtet werden? Ein jeder, der Christum als einen persönlichen Heiland annimmt, wird nach dem Vorrecht verlangen, Gott zu dienen. Wenn er betrachtet, was Gott für ihn getan hat, so wird sein Herz mit unendlicher Liebe und anbetender Dankbarkeit erfüllt. Er ist bestrebt, seine Dankbarkeit dadurch zu beweisen, indem er seine Fähigkeiten in den Dienst Gottes stellt. Er verlangt danach, seine Liebe für Christum und für sein erkauftes Eigentum zu zeigen. Er tragt es nach Arbeit, Mühe und Opfer. Und wie weit sind wir, wenn wir uns selbst betrachten in unserer Gemeinde, wie weit sind wir entfernt davon, dass wir sagen, wir trachten nach Arbeit, Mühe und Opfer. Wie viel sind wir bemüht, die Welt mit dem Licht der Christi zu erleuchten? Wie viel strengen wir uns an? Wie viel streben wir es an mit allem, was in uns ist? So wie Christus in dem Leben Christi war alles andere seinem Werk untergeordnet. Dieses ist der Sinn, weshalb wir existieren. Es gibt keine Not, einen Bund mit einem Menschen zu machen, wenn es keinen Zweck gibt. Der Zweck des Bundes Gottes mit Abraham und mit seinen Nachkommen ist, dass sie die Welt mit dem Charakter, mit der Liebe Gottes erleuchten. Und dieser Zweck kostet Mühe, Arbeit und Opfer. Aber wir, wenn ich das mal ein bisschen übertrieben sagen kann, wir bestreben nur nach unserer Erlösung. Oh, wir sind erlöst, wenn wir das Opfer Christi annehmen. Uns geht es gut, wir sind ja alle erlöst, weil wir müssen ja nur ein wenig glauben, dass Jesus für alle gestorben ist, unsere Sünde begraben hat und somit geht es ja nur um meine Erlösung. Oh, dann haben wir es nicht verstanden. Dann haben wir den Sinn und Zweck des Christentums nicht verstanden. Es geht nämlich nicht um meine Erlösung. Es geht um die Erlösung der Menschen da draußen. Christus kam nicht um sich selbst zu erlösen und wir als seine Jünger sind nicht da um uns selbst zu erlösen. Wir sind da um dasselbe Werk der Erlösung fortzubringen, fortzuschreiten. Die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, gilt uns in der letzten Generation, weil erst in dieser letzten Generation wird sie sich weltweit erfüllen. Erst in unseren Tagen wird die Verheißung, dass Abraham ein Segen sein soll für alle Geschlechter erfüllt werden. Wenn das Volk Gottes aufsteht, wenn das Volk Gottes das Volk des Bundes versteht seinen Auftrag, versteht warum es in einen Bund mit Gott getreten ist, nicht um erlöst zu werden. Wir kommen nicht und taufen uns um erlöst zu werden, obwohl das inbegriffen ist. Wir taufen uns und wir werden Christen, weil wir verstanden haben, die Welt liegt in der Not. Wir kommen und werden Christen, weil wir in den Auftrag, in den Bund Gottes eintreten wollen, um die Welt zu erlösen. Das Evangelium, das Licht des Charakters Gottes an die ganze Welt hinauszutragen. Deshalb kommen wir zu Christus. Deshalb werden wir jünger. Deshalb die ganze Mühe und Arbeit und Not und Erlösung ist nebensächlich. Sie ist inbegriffen, aber es geht nicht um mich. Es ging nicht um Christus, als er auf diese Welt kam. Und wenn es den Jüngern um sich selbst geht, dann werden sie nie Mühe und Arbeit tun, außer für sich der Bund Gottes mit den Menschen, mit seinem Volk ist ein Bund, um die Welt zu erleuchten, die Menschen zu erlösen. Deshalb ruft er uns. Und hier ist Christus unser Vorbild. Ich lese noch ein kurzes Zitat, bevor wir zum nächsten Gedanken weiter gehen. Christus sah den Erfolg seiner Mission stets vor sich. Sein irdisches Leben, so voller Mühe und Opfer, wurde durch den Gedanken erhält, dass all seine Arbeit nicht umsonst sein würde. Warum arbeiten wir? Wollen wir erlöst werden? Wenn das der Sinn unserer Arbeit ist, dann können wir sie lieber weglassen. Der Sinn unserer Arbeit ist nur ein zweiter im Endergebnis sind wir auch erlöst durch die Arbeit, die wir tun, aber es ist nicht der Zweck. Wir arbeiten, um andere zu erlösen. Wir arbeiten, um für andere da zu sein. Wir arbeiten, um Gottes Charakter darzustellen, damit andere ihn sehen können. Wir setzen jede Mühe dran, unser Leben zu verändern, nicht damit wir erlöst werden, obwohl das inbegriffen ist, sondern damit die Welt erlöst wird. Ich brauche nicht einen vollkommenen Charakter für mich, obwohl ich den auch brauche, um vor Gott zu stehen, aber ich brauche einen vollkommenen Charakter, damit ich Christus der Welt zeige. Denn das ist der Sinn der Mission des Christen. Wir wollen auf ein Ziel hin, auf eine Mission hin und wir wollen nicht umsonst arbeiten. Was haben wir davon? Sage ich jetzt mal, außer wenn wir jetzt einen vollkommenen Charakter haben für uns. Was haben wir davon? Ja, wir können sagen, wir werden dann erlöst, aber was ist es, wenn du alleine erlöst wirst? So, das macht nicht den Sinn. Diese zwei Dinge sind einander gewunden. Wir brauchen einen vollkommenen Charakter, damit die Welt Christus erkennt. Nicht für uns. Wir brauchen, um den Bund Gottes mit uns zu erfüllen, einen vollkommenen Charakter zugunsten der Welt, damit wir eines Tages Frucht haben. Und diese Frucht viel ist. Sein irdisches Leben, so voller Mühe und Opfer, wurde durch den Gedanken erhält, dass all seine Arbeit nicht umsonst sein würde. Indem er sein Leben für das Leben der Menschen hingab, würde er in der Menschheit wieder das Bild Gottes herstellen. Das ist sein Ziel, die Wiederherstellung des Bildes Gottes im Menschen. Er würde uns aus dem Stauber heben, den Charakter nach dem Bild seines eigenen Charakters umbilden und ihn herrlich machen in seiner Herrlichkeit. So Christus wurde Mensch, um uns Menschen zu verändern, nicht um sein Willen nicht weil er es brauchte, nicht weil der Vater das Opfer brauchte, nein, nein, er kam hierher um unser Willen, um uns zu erlösen, um uns wieder herzustellen und er beruft den Abraham und auch die Menschen davor zu diesem Zweck und er beruft seine Jünger zu dem selben Zweck. Er sagt, ich habe euch ein Vorbild gegeben, dass ihr auf meinen Fußspuren wandelt. So Christus ordnete alles seine Mission unter. Seine Mission war die Wiederherstellung des Bildes Gottes im Menschen. Deshalb musste er Gott völlig darstellen. Hätte er eine Sünde getan, hätte in einer Weise nicht im Einklang mit seinem Vater gelebt, hätte er das Werk nicht vollbringen können. Und jetzt ruft er uns in einem Bundesverhältnis mit ihm, mit dem Zweck, mit dem auch er gekommen ist, nämlich der Welt Gottes Charakter darzustellen. Eines der traurigsten Dinge ist es heute, die ich begegne, Tag für Tag. dass die Christen einen sehr schlechten Ruf besitzen. Die Religion, insbesondere die Religion der Christen, besitzt bei den Menschen der Welt, in der säkularen Welt, in der wir heute sind, einen grausamen, schlechten Ruf. Man läuft weg von einem Christen. Man hat Angst vor ihm, denn er will uns bekehren. Man ist erschreckt, man ist mit einer religiösen Gemeinschaft, mit all dem, was irgendwo mit Christentum zu tun ist, ist heute nicht zurecht. Du kannst heute nicht auf die Straße gehen und sagen, ich bin Christ. Und jeder sagt, ah, das ist ein guter Ruf. Christen sind die besten Menschen, die wir kennen. Die Christen sind, ja, wir kennen keine besseren Menschen wie die Christen. Jeden Christen, den ich 1a. So, so, so will ich, so will ich auch sein. So, das ist nicht der Fall. Ich war am letzten Wochenende und wir hatten öffentliche Vorträge und wir können ja noch an die Öffentlichkeit gehen mit Gesundheitsvorträgen, aber haben die einen religiösen Touch oder kommt in der Einladung irgendwo hervor, dass das Christen sind oder Religionsgemeinschaft oder was auch immer das ist, dann flieht der normale Mensch vor so etwas. Für mich ist das kein Licht. Für mich ist das nicht das, was der Auftrag Gottes an seine Gemeinde ist. Nein, nein, es ist einfach zum Himmel schreiend, die die Christus darstellen sollen, die die gerufen worden sind in ein Bundesverhältnis zu ihm sind alles andere als attraktiv, sind alles andere als liebevolle Menschen, in deren Gegenwart der Übelste und der Schlimmste sich wohlfühlt. Nein, es ist nicht so. Weil es etwas gibt, was mich motiviert, ein heiliges Leben zu führen, ein untadeliges Leben zu führen, ist, dass das Bild Gottes bei den Menschen ein attraktives wird. Ich bin überzeugt, dass würden wir Gott sehen, würden wir eine Ahnung bekommen von seinem Wesen, dann wären wir alle zu ihm hingezogen. So war es mit Christus, als er auf der Welt war. So war es mit Abraham. So war es mit den Menschen, die für Gott gelebt haben. Sie waren anziehend. Sie hatten einen Unterschied. Jesus sagt im Alten Testament, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und er wiederholt das im Neuen Testament, um diesen Zweck zu halten, damit die Welt erkennt, wie gut Gott ist. Oh, die Welt will mit dem christlichen Gott nichts zu tun haben. Aber sagt mir, ist es, weil der christliche Gott so schlecht ist, oder weil die, die ihn vorgeben zu repräsentieren, so taktlos, so unfreundlich, so eng stirnig sind. Die Welt wird nicht von so einer Person angezogen. Gott hat uns in unserem Geist feste Maße hineingelegt für das, was richtig und was falsch ist. Wir wissen, was Liebe ist aller. Und wir alle sind angezogen von dem, was Liebe ist. Und wir alle sind abgestoßen von dem, was nicht Liebe ist, von dem, was Gewalt mit sich bringt, von dem, was den Menschen kaputt macht. Wir sind gerufen, dass wir Gottes Ehre tragen. Die letzte Botschaft an dieser Welt steht in Offenbarung 14, 6 und 7, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Es ist die Notwendigkeit, dass der Mensch Gott ehrt, aber woran soll er ihn ehren, wenn es nichts gibt, an Gott zu ehren? Jesus hat uns geschickt, er hat Abraham gerufen, er hat seine Gemeinde gerufen, dass wir ihn darstellen der Welt. Deshalb ist es Bedingung, dass wir den Willen Gottes völlig tun. Ein Mensch, der nur halb liebt, ist noch nicht ein völliges Vorbild für das Ebenbild Gottes. Ja, er ist schon besser wie der, der gar nicht liebt. Er ist auf dem Weg dahin zu kommen, aber um die Welt zu erleuchten, um am Ende die ganze Völker dieser Milliarden Menschen auf dieser Erde zu erreichen, braucht Gott ein Volk, das seinem Namen die Ehre macht. Wo, wenn man zu diesem Volk kommt, man nicht hinwegläuft, sondern sich an dieses Volk hält. Die Verheißung im Alten Testament ist geschrieben, dass an einen jüdischen Menschen, und das ist ein Kind Gottes, sich zehn an ihrem Zipfel halten, wenn wir sagen, wir wollen mit ihr gehen. Oh, das ist nicht deshalb, weil der Christ so stur ist und so eingeengt und weil er so taktlos und unfreundlich ist, nicht deshalb wollen die Leute mit ihm gehen. Ganz im Gegenteil, sie wollen mit ihm gehen, weil er etwas besetzt, etwas hat, was der Menschen nicht, was die anderen nicht haben. So, das Image Gottes ist heute in einem katastrophalen Zustand und es ist nicht, weil Gott nicht so ist, wie er beschrieben wird, wie Christus ihn dargestellt hat. Gott ist so, aber die Menschheit guckt nicht auf Christus, weil sie kann ja Christus nicht sehen, er hat vor 2000 Jahren gelebt. Meine Kinder, meine Mitmenschen schauen nicht auf Christus, wie sollen sie ihn sehen, aber sie schauen auf mein Leben, in der ich sage, ich bin ein Christ und sie wollen, sie verlangen danach, die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben zu sehen. Das ist der Grund, weshalb Gott einen Bund mit uns eingegangen ist. Die Frage ist, wie soll sich jetzt das Ganze ändern? Wie soll das schlechte Image, das wir aufgebaut haben in dieser Welt, dass die Leute, wenn sie nur unseren Namen hören, sagen, lasst uns in Ruhe, wir wollen von euch nichts wissen, wie sollen wir sie jetzt erleuchten? Das schlimmste Übel in dieser Welt sind nicht die bösen Menschen. Das schlimmste Übel in dieser Welt sind nicht die Menschen, die die in in ihrer in ihrer Drogenabhängigkeit, in ihrer Not, in diesen schlimmen Sachen dieser Welt leben. Nein, das ist nicht die schlimmste Not der Welt. In diesem Buch Die Gedanken vom Berg der Seligpreisungen sagt sie, das schlimmste und größte Übel in dieser Welt ist ein Mensch, der vorgibt Christ zu sein, aber in seinem Leben eine Sünde trägt, in seinem Leben einem einem einer Gewohnheit nachgeht, die lieblos ist. Das bringt mehr Schaden. wie jemand, ganz weg ist von Gott. Deshalb wird niemand so sehr gerichtet werden und an niemanden wird ein Maß herangesetzt werden, so ähnlich wie Gott zu sein in seinem Charakter, außer an dem, der es bekennt, Christ zu sein. Bekennst du mit deinem Munde, dass du ein Diener Jesu bist, dann muss dein Leben diesem entsprechen. Ansonsten verdammt dich, verdammt mich, mein Bekenntnis, weil es ein Bekenntnis des Unglaubens ist. so was wollen wir tun? Wie wollen wir arbeiten? Wie viel Mühe wollen wir uns geben, um den Bund mit Gott zu erfüllen, weshalb wir gerufen sind? Weshalb Gott Abraham rief und uns durch ihn? Wie wollen wir das tun? Wie wollen wir das Ding wiederdrehen, dass ein Christ ein Image bekommt, einen Ruf bekommt, der angenehm ist für die Welt? Wir haben in unserer Betrachtung die Bündnisse beschrieben, dass es mehrere gibt. Ja, Gott hat mehrere Bündnisse mit Menschen gemacht. Es gibt diesen Bund, den wir haben in der Lektion von dem Regenbogen, dass Gott verspricht, dass nichts mehr die Welt nie mehr durch eine Wasserflut untergeht und er macht den Regenbogen als Zeichen dieses Bundes. Er ruft den Abraham und sagt, ich will, dass du ein Segen bist für diese Welt und ich möchte, dass du ein Zeichen trägst an deinem Leib und das ist das Zeichen der Beschneidung, damit du ein gesondertes Volk bist. So gibt er das an seinem Fleisch und jetzt bringt er und gibt den Bund weiter an die Christenheit und schon im Alten Testament wird uns ein sogenannter Neuer Bund versprochen, in dem das Gesetz nicht mehr auf steinerne Tafel geschrieben wird, sondern auf fleischende nämlich in das Herz des Menschen. Ich glaube, wir können, wenn wir die Bibel betrachten und besonders den Hebräer Brief, Gottes Frustration verstehen mit seinem Volk, mit seinem Bundesvolk, dass er sagt im Hebräer Kapitel 2, 3 und 4 also hier sagt dass er sich schwor in seinem Herzen in seinem Zorn Kapitel 4 Vers 3 wenn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwore in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. So, Gott wollte, dass sein Volk ihn darstellt, aber das Volk war ungehorsam, es befolgte nicht den die aus, das was im Bund ausgemacht war, obwohl sie versprochen hatten, es zu tun und so war Gott nicht ganz glücklich, er sagt zornig mit seinem Volk und so wurden die, die eines Tages in den Bund mit ihm gegangen waren, in der Wüste umgebracht um ihres Unglaubens Willens. Deshalb möchte Gott diesen Bund schreibt genau über diese diesen neuen Bund, der uns betrifft. Und dieser Bund ist ganz und klar und deutlich dargestellt durch den Hebräerbrief in Kapitel 9, in Kapitel 10 und er beinhaltet er beinhaltet die Tafeln des Gesetzes. Er sagt so im Vergleich dass die dass der Bund im alten Testament der gemacht war mit dem Tieres Blut dass der nicht den Menschen heiligen konnte kann ihn nicht reinigen es ist nur ein Beispiel Symbol ein Zeichen für den Glauben für den neuen Bund und das hier sagt daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht Vers 18 Kapitel 9 denn nachdem jedes einzelne Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk verkündigt worden war nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Üssop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk wobei er sprach dies ist das Blut des Bundes den Gott mit euch geschlossen hat noch das zählt und alles wurde mit diesem Blut gereinigt und so musste auch Christus mit Blut ja das den Bund bestätigen weil es ohne dieses Opfer haben wir gesehen keine Möglichkeit war für den Menschen sowohl Vergebung als auch Reinigung seines Lebens zu empfangen Univers in Kapitel 10 geht darauf ein und sprach sprich ganz deutlich ab Vers 4 denn womöglich denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinweg nehmen darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt Opfer und Gaben hast du nicht gewollt einen Leib aber hast du mir bereitet an Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Wohl gefallen da sprach ich siehe ich komme in der Buchrolle steht von mir geschrieben um deinen Willen oh Gott zu tun so das durch ganze Bibel finden wir dass Gott nicht Opfer will sondern gehorsam er möchte dass wir seinen Willen erkennen dass wir seinen Willen tun Oben sagt er Opfer und gaben Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt du hast auch kein Wohl gefallen an ihnen die nach dem Gesetz dargebracht werden dann fährt er fort siehe ich komme um deinen Willen Gott zu tun somit hebt er das erste auf um das zweite ein zu setzen aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi ein für allemal und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar die doch niemals Sünden hinweg nehmen können er aber hat sich nachdem er ein einziges Opfer für die Sünde dargebracht hat das für immer gilt zu rechten Gottes gesetzt und erwartet hinfort bis für immer vollendet welche geheiligt werden das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist denn nachdem zuvor gesagt worden ist das ist der Bund den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen spricht der Herr ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben sagt er auch an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken wo Vergebung ist wo aber Vergebung für diese ist da gibt es kein Opfer mehr für die Sünde so das Ziel des Opfers des Kommens Christi ist in unsere Herzen die ich würde sagen den Inhalt das Zeichen des Bundes zu schreiben nämlich das Gesetz und dass es nicht um eine einmalige Sache geht in dem Sinne wie man manchmal missverstehen könnte diese Texte kommt sehr deutlich hervor in den nächsten Textabschnitten wo Paulus sagt ab Vers 19 da da wir ihr Brüder Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorrang hindurch das heißt durch sein Fleisch und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung ohne zu wanken denn er ist treu der die Verheißung gegeben hat und lasst uns aufeinander acht geben damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen wie es einige zu tun pflegen sondern einander ermahnen und das umso mehr als ihr den Tag heran seht denn wenn wir mutwillig sündigen nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben so bleibt für die Sünde kein Opfer mehr übrig sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorn Eifer des Feuers der die Widerspenstigen verzehren wird wenn jemand des Gesetzes Mose verwirft muss er ohne Erbarmen Sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin wie viel schlimmere Strafe meint ihr wird derjenige schuldig erachtet werden der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes durch das er geheiligt wurde für gemein geachtet und den Geiste Gnade geschmäht hat denn wir kennen ja den der sagt die Rache ist mein ich will vergelten spricht der Herr und weiter der Herr wird sein Volk richten es ist schrecklich in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen so es ist also wichtig dass wir verstehen die Bündnisse der Bund den Gott mit dem Volk gemacht hat muss erfüllt werden in unserem eigenen Leben und um das in eine Skizze zu setzen die die Elemente beinhaltet möchte ich jetzt tun die Bündnisse besitzen das Ziel wenn man so will ist die Erfüllung der Verheißung wir finden in der Heiligen Schrift und im Hebräerbrief besonders dass die das eingehen in die Ruhe Gottes das Erreichen der Verheißung Gottes ist das wo wir hinstreben wollen ja die Verheißung zu erlangen das ist das das ist das Ziel wenn man sagen will des Bundes wir finden in Hebräer sehr schön dieses diesen Satz in Hebräer Kapitel 10 Vers 36 den standhaftes ausharren tut euch Not damit ihr nachdem ihr den Willen Gottes getan habt die Verheißung erlangt so die Verheißung erlangen ist das Ende des ganzen Weges aber um an die Verheißung und die Erlangung zu erlangen brauche ich davor Geduld und den Willen Gottes tun so der Bund hat eine Verheißung die Verheißung ist das Einziehen letztendlich in die Ruhe Gottes die Israeliten haben es nicht geschafft wegen ihres Unglaubens Willen so damit ich geduldig werde und den Willen Gottes tun brauche ich was ich brauche Glauben das heißt nur durch den Glauben ist es möglich Geduld den Willen Gottes tun und dann die Verheißung empfangen so es ist wichtig dass wir diese Aufteilung haben diesen Weg der Glaube ist demnach bei allem das Zünglein an der Waage es ist der Akt der Gott den Gott für mich nicht tun kann es ist das wo das Verhältnis die Zusammenarbeit mit Gott geschieht ein Bündnis kann nur durch zwei Parteien gemacht werden und jede Partei hat seine Aufgabe Gott gibt mir die Verheißung er gibt die Gnade als Mittel dass die Verheißung erreicht werden kann er verspricht es zu tun das Menschen Aufgabe ist sein Glaube und der Glaube hat ich hoffe wir vergessen es nicht er ist so wie der Mensch auch aus zwei Dingen besteht er er hat eine Hoffnung dass etwas möglich ist hat eine Hoffnung dass etwas möglich ist was unmöglich ist so er er glaubt etwas er ist sich überzeugt von etwas er sieht den Sternenhimmel an und sagt okay Herr du hast verheißen dass ich so viel nachkommen haben werde ich bin 99 weiß nicht wie das geschehen soll aber ich glaube es der glaube ist fähig zu sagen okay wir sind an den grenzen kanans die riesen in diesem land sind grisig wir können das land mit unseren mitteln nicht einnehmen aber Gott sagt geh vorwärts und der glaube sagt ich tue es weil ich weiß Gott kann das unmöglich machen genau dasselbe stehen wir heute hätte ich nicht den glauben dass Gottes Bild im Menschen wiederhergestellt werden kann und dass in unserer Generation das Bild Gottes wieder umgekehrt wird so dass die Menschen die Schönheit Gottes sehen in uns als seinen Jüngern und seinen Kindern hätte ich nicht den Glauben dass wir Gottes Bild darstellen könnten dass die Menschen sagen okay wenn Gott so ist wie ihr seid dann wollen wir mit ihm gehen wenn ich nicht glauben würde dass das möglich ist dann würde ich das nicht tun was ich tue dann würde ich nicht leben so wie ich lebe ich bin überzeugt dass es möglich ist obwohl ich nicht weiß wie es je möglich sein werden soll wie sollen wir dieses schlechte Bild diese säkularisierte Welt dazu aufbringen und zu sagen okay wenn mein Leben dem Leben Gottes entspricht dann kann er das so benutzen dass innerhalb kürzester Zeit die Menschheit erkennen kann okay das ist Gott was ist die Verheißung siehe das ist euer Gott die letzte Botschaft an dieser Welt wird sein siehe das ist euer Gott und es wird im Menschen offenbart werden so der Glaube hat diese Hoffnung er glaubt dass das Unmögliche möglich ist und weil er diese Hoffnung hat tut er genau das was das erfüllen kann er geht durch den Glauben ans tun er arbeitet mit Gott zusammen bis das Werk erfüllt ist deshalb möchte ich klar machen die Tafeln des Bundes das was der Wille Gottes tun ist nichts anderes als das Gesetz hoffe dass wir das wissen ich habe letztens sabbat in der Betrachtung da wurde die Frage gestellt wie heißt es unter Christus zu leben und unter dem Gesetz was ist der Unterschied meine Lieben es ist kein Unterschied unter Christus unter dem Gesetz zu leben wenn man versteht dass Christus und sein Gesetz nicht trennbar sind voneinander es es ist es ist es ist nicht dasselbe aber sie sind nicht trennbar voneinander unter Christus oder unter seinem Gesetz zu sein oder sein Gesetz zu lieben oder Christus zu lieben ist dasselbe den Willen Gottes zu tun liebevoll zu sein ist den Willen Gottes zu tun ist das Gesetz deshalb will die Gnade Gottes genau das erreichen sie die Geduld und den Willen Gottes in uns hineinbringen aber das kann nur durch den Glauben bestehen denn wenn wir hoffen und wissen ja es ist möglich und wir tun wozu wir aufgerufen sind zu tun wir arbeiten in einem zweifachen Werk auf der einen Seite müssen wir schauen dass die Fehler unseres Lebens korrigiert werden müssen diese Fehler müssen wir korrigieren nicht um unser Willen sondern um deren mit denen wir leben wenn wir eine Selbstbetrachtung brauchen wenn wir eine Selbsterkenntnis brauchen ist es damit wir uns fragen können sieht der andere jetzt in mir den Herrn oder nicht wisst ihr wir sind so guter Absichten aber genau die Menschen die manchmal sehr wie soll ich sagen ich hasse das Wort konservativ sind sind nicht die liebesten Menschen ich habe Erfahrung gemacht auf einem der Freizeiten wo aus Unkenntnis einer oder keiner wusste dass einer der Teilnehmer ein Nicht-Adventist war und jetzt wird das etwa in der Mitte der Zeit bekannt was machen jetzt was machen wir jetzt als gläubige Adventisten wenn ein Nicht-Adventist plötzlich in unserer Mitte ist und er uns aufsucht aber er kommt inkognito er gibt sich nicht preis dass er Nicht-Adventist ist nicht absichtlich aber er hat es auch nicht kein Geheimnis daraus gemacht er hat es aber auch nicht versucht zu unbedingt offen zu legen was machen wir wenn wir plötzlich erkennen er ist da gehen wir auf ihn zu und sagen jetzt muss er das lernen und das lernen und das lernen und den Sabbat ja nicht vergessen wie gehen wir mit ihm um wir gehen so um wie mit ich sage jetzt mal verglichen im Tierbereich wie wenn plötzlich der Löwe das Schaf sieht wie der Wolf das Huhn was auch immer er erhaschen will und dann laufen die Menschen von uns weg meine lieben Geschwister und Freunde wir können egal was wir theologisch sage ich jetzt mal behaupten zu glauben wenn in unserem Leben der Charakter und das ebenbild unseres Heilands nicht hervorkommt ob konservativ oder liberal oder was auch immer dazwischen wenn wir nicht zu Menschen werden die völlig gewaltfrei sind die überlegen wenn sie etwas tun bevor sie es tun wenn wir nicht zu Menschen werden in denen der Geist Gottes mit seinen mit seiner Frucht und mit allen Beeren dieser Frucht hervorkommt dann ist alles was wir tun sinnlos dann können wir theologisch behaupten was wir wollen weil ich kenne die die behaupten die vollkommenheit ist möglich aber sie sind alles andere als weit entfernt angenehme Menschen zu sein und ich kenne die die sind theologisch dort und sagen ja die vollkommenheit ist nie möglich und sie sind auch nicht dort wo sie sein sollen aber manchmal hat es den einstand dass sie es mehr sind wie die anderen so es gibt aber weder in der extreme gibt es keine lösung die bündnisse wurden uns gegeben der glaube ist da und er macht ein bundes verhältnis zwischen uns und gott und dieses bundes verhältnis ist damit wir die verheißung empfangen und die verheißung ist dass die ganze welt erleuchtet wird von der herrlichkeit gottes und der same wird wie sand wie die sterne am himmel und wie der sand am meer dass der same gottes dass dass die menschen erlöst werden das muss unsere not sein das muss unsere mission sein wir sollen uns anstrengen gläubige und einen charakter zu entwickeln um der anderen willen wir wollen nicht mehr die fehler der anderen hineintreten wir wollen nicht dieselben dinge tun wir wollen vor den menschen als menschen erscheinen die nicht anders können als sagen gott ist mit dir weil deine art und sein ist so anders wie die der anderen menschen du suchst nicht nach dem deinen du suchst nicht über jemanden zu bestimmen du suchst nicht jemandem mit gewalt etwas zu überschütten du nährst dich und behandelst jeden menschen wie ein kostbares zerbrechliches Ei du bist nicht grob und handelst nicht nach eigenem guten sondern immer in der beziehung zu deinem herrn ich möchte in meinem leben gott die ehre geben ich möchte dass mein leben keine schande ist für gottes namen und da fürchte ich mich und da gehe ich ins gebet deshalb suche ich gott weil ich möchte nicht dass durch mein leben gottes name geschändet wird und andere menschen kommen und sagen du bist christ schau dich doch mal an ich möchte das ganz egal wo ich bin ich mir immer bewusst bin ich werde beobachtet es am allerbesten wenn man sich das vorstellt dass man ständig beobachtet wird von einem atheisten nicht christen der versucht fehler zu finden an einem christen und so lebt dass er keine fehler findet weil das ebenbild gottes im menschen ist ein schönes bild ja nicht jeder wird es annehmen aber keiner wird sagen es ist unschön keiner kann über christus sagen dass er irgendeine sünde getan hat keiner kann über die nachfolger jesu ein eine schande bringen wenn diese in ihrem leben sein wesen offenbar so die frage ist weshalb hältst du den bund du bist in ein bundesverhältnis eingetreten dieses bundesverhältnis verpflichtet dich ja es verpflichtet dich gott die ehre zu geben es verpflichtet dich zu arbeit mühe und opfer das bringt der glaub in seinem tun weil du denkst die welt muss erreicht werden da sind draußen menschen die könnten durch das ebenbild gottes errettet werden und ich werde alles tun ich werde jede mühe unternehmen jedes opfer machen damit das erreicht wird und das ist ein doppeltes werk wir arbeiten an uns und wir arbeiten an draußen wir verbessern uns um nach außen ein besseres image zu bringen um nach außen Gottes ebenbild darzustellen ich hoffe dass dieser gedanke in dieser lektion deutlich geworden ist er liegt mir sehr am herzen dass wir nicht um unser willen leben sondern um sein will der bund gottes ist nicht damit wir erlöst werden sondern damit wir erlöst werden indem wir andere erlösen wir werden nur indem wir das ebenbild gottes tragen ein licht für diese welt sind werden wir nur einen eingang in den himmel bekommen weil wie sollen wir in himmel kommen wenn wir schlimmer sind wie die welt so der her sei uns gnädig der her gebe uns seine furcht in unser herzen dass wir aufmerksam sind wenn wir mit irgendjemandem reden wenn wir uns verhalten wie wir uns ankleiden dass wir in allen Dingen nicht an uns denken sondern die die wir zu erreichen suchen wenn wir mit dieser mit diesem ziel wenn wir das wissen das ist der bund mit gott das ist unsere aufgabe dann werden wir diesen bund erfüllen und jesus wird bald kommen ich möchte es ich möchte dass dieses eben bild gottes in mir zum vorschein kommt dafür setze ich alles ein nach innen und nach außen und dazu bist auch du gerufen Amen